Wir arbeiten hier in der PTB sowohl an den Atomuhren, den sogenannten klassischen Atomuhren, die wir für die Zeitskalen heute verwenden. Das sind die Cesium-Atomuhren, die im Mikrowellenbereich arbeiten. Und dann forschen wir an den Atomuhren der nächsten Generation, die sogenannten optischen Uhren. Und von optischen Uhren spricht man, weil die Frequenz dieser Uhren im Bereich von sichtbarem Licht, von Laserdicht liegt, etwa 100.000 Mal höher als bei den Mikrowellenuhren. Und durch diese höhere Frequenz kriegt man eine höhere Genauigkeit, eine höhere Stabilität, also nochmal eine Verbesserung der Uhren. Und ich finde das auch sehr interessant, dass diese beiden Bereiche hier sehr eng verzahnt sind und zusammenarbeiten. Dadurch kriegen die Kollegen, die in der Forschung arbeiten, immer mit, was aktuell in der Anwendung gefragt ist. Und umgekehrt, die Kollegen, die sich mehr um die Dienste und um die Anwendungen kümmern, sehen auch immer die aktuellen Themen in der Forschung. Wir haben in diesen Projekten auch immer Doktoranden. Es ist halt wirklich noch sehr nah an der Grundlagenforschung und das Projekt eignet sich gut dafür, auch im Doktorarbeiten hier zu machen. Und das wird die Doktoranden tragen, ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit. Und dann ist es wichtig, es sind schwierige technische Entwicklungen dabei, deswegen natürlich auch Einbindung von Ingenieuren, von Technikern, die alle gemeinsam arbeiten an diesen Problemen. Das Erste, was man sieht von dem experimentellen Aufbau, ist ein großer Tisch, auf dem eine Vielzahl von optischen Elementen steht, Linsenspiegel und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Laser bei verschiedenen Farben für die verschiedenen Wellenlänge des Ions, das wir betrachten. Man braucht bestimmte Laserlicht, um das Ion zu kühlen, um nachher die Uhr zu betreiben. Und das ist der Teil, der am augenfälligsten ist, wenn man ins Labor kommt. Die Referenz der Uhr ist ein gespeichertes Ion. Das ist eine kleine Vakuumkammer, in der sitzt eine sogenannte Ionenfalle, eine Anordnung von einem elektrischen Feld. Und in der wird ein einzelnes Teilchen gehalten, ein einzelnes atomares Ion. Das ist also was mikroskopisch Kleines und aber eben ein ganz zentraler Bestandteil des Aufbaus. Die PTB hat mit der Strontium-Gitteruhr angefangen, ich glaube 2001. Und seitdem sind wir kontinuierlich dabei, diesen Aufbau zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und richtig zufrieden sind wir natürlich nie. Aber sagen wir mal, vor drei, vier Jahren hat der Apparat funktioniert, angefangen gut zu funktionieren. Und im Augenblick sind wir relativ zufrieden, aber müssen eigentlich auch jetzt schon die nächsten Schritte planen, um den Aufbau weiter zu verbessern. Also in dem Sinne wird so ein Forschungsprojekt eigentlich nie ganz fertig, wo man immer Dinge sieht, die man besser entwickeln kann und wo man eben noch genauer werden kann und noch stabiler. Die Hauptkomponenten sind zum einen ein Vakuumsystem, in dem wir die Atome unserer optischen Uhr präparieren. Die müssen erstmal bereitgestellt werden, lasergekühlt werden. Zusätzlich zu diesem Vakuumsystem brauchen wir eine ganze Reihe von Lasersystemen, die zur Präparation dienen, zur Laserkühlung. Das heißt, drumherum gibt es diese verschiedenen Laser, sechs ungefähr mit verschiedenen Frequenzen und Wellenlängen. Und dann als anderer wichtiger Kernpunkt ist es der Abfragelaser, der eben diese extrem hohe Frequenzstabilität haben muss. Also würde ich sagen, gibt es drei Komponenten, das Vakuumsystem, die Präparationslaser und den Abfragelaser. Spannende Situationen sind so Messkampagnen, auf die man trifft. Wenn man sich zum Beispiel im letzten Sommer mit Kollegen in Europa koordiniert und sagt, wir betreiben jetzt mal einen Monat lang alle unsere optischen Uhren europaweit möglichst synchron und schauen, ob die auch alle die gleichen Frequenzen liefern. Und da war dann schon viel Arbeit und Koordination nötig, um dafür zu sorgen, dass alle gleichmäßig und am gleichen Strang ziehen, gleichzeitig funktionieren. In dem Zusammenhang haben wir auch viele Vergleichsmöglichkeiten aufgebaut, auch da wieder durch Hilfe mit anderen Arbeitsgruppen über Satellitenlinks, wo wir Transponder gemietet haben. Das hat dann auch alles ganz hervorragend funktioniert, den Testläufen, aber als es dann zum Schwur kam, gab es eben ein Problem, dass es gerade G7-Treffen gab und Champions League Finale war oder Halbfinale und da waren die Transponder ausgebucht. Wir mussten auf einen anderen Transponder wechseln und schon funktionierte alles nichts mehr. Das gab dann wieder ziemlich viel hin und her, bis man das zurückgewechselt hatte auf den eigentlichen Transponder mit der Satellitenfirma. Also das sind so Dinge, die vielleicht nicht ganz alltäglich sind, wo man darauf reagieren muss, was dann aber eben auch die Arbeit spannend macht. Ich denke, dass die Hauptanwendung eher im Forschungsbereich liegt oder im forschungsorientierten Bereich. Zum einen werden wir mit optischen Uhren ein genaues Verständnis des Universums erhalten, dass wir Fragestellungen klären, ob bestimmte Naturkonstanten vielleicht eben doch variabel sind. Da gibt es einige offene Fragestellungen in der Physik, aber wir gucken eben auch gerade mit dem transportablen System in die Richtung der Geowissenschaften, weil wir darüber nachdenken, auch da wieder in enger Kooperation mit der Universität Hannover, inwieweit wir optische Uhren einsetzen können, um Höhendifferenzen zu messen und damit Höhenreferenzsysteme aufzubauen. Und das ist eine Frage, die die Geodäten natürlich stark berührt, auch in aktuellen Fragestellungen, dem Anheben des Meeresspiegels oder in ähnlichen Fragestellungen. Ja, wir arbeiten hier in der PDB sowohl an den Atomuhren, den sogenannten klassischen Atomuhren, die wir für die Zeitskalen heute verwenden. Das sind die Cesium-Atomuhren, die im Mikrowellenbereich arbeiten. Und dann forschen wir an den Atomuhren der nächsten Generation, die sogenannten optischen Uhren. Und von optischen Uhren spricht man, weil die Frequenz dieser Uhren im Bereich von sichtbarem Licht, von Laserdicht liegt, etwa 100.000 Mal höher als bei den Mikrowellenuhren. Und durch diese höhere Frequenz kriegt man eine höhere Genauigkeit, eine höhere Stabilität, also nochmal eine Verbesserung der Uhren. Und ich finde das auch sehr interessant, dass diese beiden Bereiche hier sehr eng verzahnt sind und zusammenarbeiten. Dadurch kriegen die Kollegen, die in der Forschung arbeiten, immer mit, was aktuell in der Anwendung gefragt ist. Und umgekehrt, die Kollegen, die sich mehr um die Dienste und um die Anwendungen kümmern, sehen auch immer die aktuellen Themen in der Forschung. Wir haben in diesen Projekten auch immer Doktoranden. Das ist halt wirklich noch sehr nah an der Grundlagenforschung. Und das Projekt eigent sich gut dafür, auch um Doktorarbeiten hier zu machen. Und das wird die Doktoranden tragen, ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit. Und dann ist es wichtig, es sind schwierige technische Entwicklungen dabei, deswegen natürlich auch Einbindung von Ingenieuren, von Technikern, die alle gemeinsam arbeiten an diesen Problemen. Das Erste, was man sieht von dem experimentellen Aufbau, ist ein großer Tisch, auf dem eine Vielzahl von optischen Elementen steht, Linsenspiegel und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Laser bei verschiedenen Farben für die verschiedenen Wellenlänge des Ions, das wir betrachten. Man braucht bestimmte Laserlicht, um das Ion zu kühlen, um nachher die Uhr zu betreiben. Und das ist der Teil, der am augenfälligsten ist, wenn man ins Labor kommt. Die Referenz der Uhr ist ein gespeichertes Ion. Das ist eine kleine Vakuumkammer, in der sitzt eine sogenannte Ionenfalle, eine Anordnung von einem elektrischen Feld. Und in der wird ein einzelnes Teilchen gehalten, ein einzelnes atomares Ion. Das ist also was mikroskopisch Kleines und aber eben ein ganz zentraler Bestandteil des Aufbaus. Die PTB hat mit der Strontium-Gitteruhr angefangen, ich glaube 2001. Und seitdem sind wir kontinuierlich dabei, diesen Aufbau zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und richtig zufrieden sind wir natürlich nie. Aber sagen wir mal, vor drei, vier Jahren hat der Apparat funktioniert, angefangen gut zu funktionieren. Und im Augenblick sind wir relativ zufrieden, aber müssen eigentlich auch jetzt schon die nächsten Schritte planen, um den Aufbau weiter zu verbessern. Also in dem Sinne wird so ein Forschungsprojekt eigentlich nie ganz fertig, wo man immer Dinge sieht, die man besser entwickeln kann und wo man eben noch genauer werden kann. Und noch stabiler. Die Hauptkomponenten sind zum einen ein Vakuumsystem, in dem wir die Atome unserer optischen Uhr präparieren. Die müssen erstmal bereitgestellt werden, lasergekühlt werden. Zusätzlich zu diesem Vakuumsystem brauchen wir eine ganze Reihe von Lasersystemen, die zur Präparation dienen, zur Laserkühlung. Das heißt, drumherum gibt es diese verschiedenen Laser, sechs ungefähr mit verschiedenen Frequenzen und Wellenlängen. Und dann als anderer wichtiger Kernpunkt ist es der Abfragelaser, der eben diese extrem hohe Frequenzstabilität haben muss. Also würde ich sagen, gibt es drei Komponenten. Das Vakuumsystem, die Präparationslaser und den Abfragelaser. Spannende Situationen sind so Messkampagnen, auf die man trifft, wenn man sich zum Beispiel im letzten Sommer mit Kollegen in Europa koordiniert und sagt, wir betreiben jetzt mal einen Monat lang alle unsere optischen Uhren europaweit möglichst synchron und schauen, ob die auch alle die gleichen Frequenzen liefern. Und da war dann schon viel Arbeit und Koordination nötig, um dafür zu sorgen, dass alle gleichmäßig und am gleichen Strang ziehen, gleichzeitig funktionieren. In dem Zusammenhang haben wir auch viele Vergleichsmöglichkeiten aufgebaut. Auch da wieder durch Hilfe mit anderen Arbeitsgruppen über seit Nieten links, wo wir Transponder gemietet haben. Das hat dann auch alles ganz hervorragend funktioniert, den Testläufen. Aber als es dann zum Schwur kam, gab es ein Problem, dass es gerade G7-Treffen gab und Champions League Finale war oder Halbfinale. Und da waren die Transponder ausgebucht. Wir mussten auf einen anderen Transponder wechseln und schon funktionierte alles nichts mehr. Und es gab dann wieder ziemlich viel hin und her, bis man das zurückgewechselt hatte auf den eigentlichen Transponder mit der Satellitenfirma. Also das sind so Dinge, die vielleicht nicht ganz alltäglich sind, wo man darauf reagiert.